Hallo Leute! Willkommen zu einer Sonnenfahrt in frischem Wetter. Ich weiß nicht, wie kalt es ist, aber ich glaube es ist ca. 8-10 Grad Celsius. Aber ich konnte, dass ich die Kablinge pre-organisieren konnte. Ich konnte die Kablinge von der neuen Kablinge reisen. Für die Elektronik habe ich noch immer die alten Produkte, damit ich die Indikator und die Starter und die Spezifizierungen für solche alten Bikes habe. Man kann die Lichter, bevor man die Elektronik aufbaut und die Lichter wieder aufbaut. Aber sie hat die neue Handlebar mit dem Rhizoma. Und ich denke, es sieht ziemlich gut aus. Die Räder ist eigentlich mit dem Räder auf dem Tank. So habe ich entschieden, dass ich nicht die vollen Revision des Projekts gemacht habe. Aber ich möchte Ihnen einen Blick auf den aktuellen Staten, welches die Räder gerade jetzt hat. Okay, sie ist nicht so schnell wie die blühe, aber oh man, das ist lustig. das ist ziemlich nett ein bisschen kubalische Musik in meinen Augen ein bisschen fröhliche Temperaturen aber der Sonne ich mich so sehr interessiert der Sonne und der Winterwetter in den letzten Monaten hey Piggy, bleib da oh, und die Musik es ist ein bisschen Buena Vista Social Club und man, das alte Mädchen ist willig zu tanzen ich bin Merengue oder Salsak ich weiß nicht, ob Sie das sagen können aber ich bin 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 ich bin